Mit jedem Vogel, den ich bei der Windkraftanlage rette, weil ich die Windkraftanlage nicht baue, sterben zehn Vögel woanders. Wenn man jetzt irgendwie sagt, wollen wir jetzt ein Fußballstadion bauen oder nicht, dann würde ich sagen, okay, da kann man über zehn Jahre rumdiskutieren. Die einen haben den Lärm, die anderen irgendwie nicht. Ob wir die Energiewende voranbringen oder nicht, ist natürlich für uns als Menschen irgendwann Existenzentscheidend. Und deswegen müssen wir da natürlich irgendwie mal sagen, also wir können nicht die gleiche Regeln für alles Mögliche irgendwie ansetzen, sondern dass die, die halt für unsere Existenz wichtig sind, die müssen dann halt irgendwann bevorzugt werden. Also die eigentlich uns die Karre in den Dreck gefahren haben, die sind jetzt die, die alles wieder besser wissen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe tatsächlich einen super interessanten Gesprächspartner heute. Professor Volker Quaschning hier an der HTW in Berlin, an der Hochschule, Professor für regenerative Energien. Hi Volker. Hi, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wir hatten ja schon mal miteinander zu tun, nicht? Genau, wir hatten schon miteinander zu tun. Ich verfolge natürlich ganz viel, was du machst online. Und jetzt haben wir eine ganz spannende, verrückte, aufregende, auch beängstigende Zeit. Das ist irgendwie so alles auf einmal. Wir erleben natürlich so oder so die Klimakrise und sogar die, glaube ich, die es gar nicht sehen wollen, können langsam auch wirklich nicht mehr wegschauen. Wir haben jetzt auch noch natürlich einen Krieg in der Ukraine, eine große Krise. Wir haben die Energiekrise jetzt. Also es ist irgendwie Krise über Krise. Aber Krise ist ja am besten Falle auch eine gute Chance. Deswegen möchte ich gerne mit dir darüber reden, wie du die aktuelle Situation einschätzt. Was du denkst, ist jetzt sozusagen die Situation, in der wir uns befinden, neben dem, dass es viele Probleme gibt, vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Chance, jetzt endlich die Energiewende zu stemmen. Weil, naja, wir seit Jahrzehnten, bist du da sowieso schon dabei. Ich verfolge das auch schon lange. Wir wissen seit langer, langer Zeit, dass wir was tun müssen. Wir sind uns auch alle einig, das Thema brauchen wir nicht diskutieren. Es hätte viel früher was passieren müssen. Naja, und jetzt kommen plötzlich... Die Krisen. Die Krisen. Und jetzt kommen plötzlich die Menschen, und die werden immer mehr, die sagen, wir müssen da was ändern. Wie ist da deine Sichtweise? Wir haben drei Krisen zum Preis von einer, sage ich mal. Oder ich sage es nicht, hat Eckart von Hirschhausen mal irgendwie losgelassen. Den fand ich eigentlich ganz gut, weil wir fangen mit der Klimakrise an. Wir hatten ja dann die Fridays for Future. Dann kam Corona, brauchte eigentlich kein Mensch. Stimmt, ganz vergessen. Genau, das ist aber irgendwie so ein bisschen drin. Corona hat uns überhaupt nicht geholfen. Also da sehe ich auch überhaupt keine Chance, sondern das hat einfach den ganzen Klimaschutz und so erstmal weggedrückt. Wir haben uns einfach um Corona und die ganzen Probleme gelöst. Das ist jetzt so ziemlich am abeppen, also noch so die Nachlaufeffekte. Und jetzt kam halt einfach der Krieg und die Energiekrise. Jetzt mal gucken, ob wir die Chance nutzen. Also im Prinzip ja, ja. Also wir sehen natürlich, ich meine, wir haben ja über Jahrzehnte gesagt, Leute, Öl und Gas wird irgendwann alle sein. Das wird knapp irgendwie. Das kommt von Ländern, wo man jetzt irgendwie nicht unbedingt gebrauchtes Auto kaufen würde. Da holen wir jetzt irgendwie Öl, Gas und Kohle her. Und das ist also irgendwie sowieso schon mal der falsche Weg. Und damit ruinieren wir das Klima auch noch. Und dann hat jemand gesagt, ja, ist aber so schön billig. Das war ja im Prinzip das Problem. Und die Infrastruktur ist da, es läuft alles. Es läuft, es ist billig. Und warum soll man es in Stress irgendetwas anderes machen? Also lassen wir es einfach so laufen. Und da konnte man sich an den Mund vorsichtig reden. Und jetzt zack, ist einfach der Preis nach oben. Und jetzt plötzlich orientieren sich die Leute um. Also Wärmepumpen sind der Renner, Solaranlagen sind der Renner. Also da hätte man wahrscheinlich hunderte von Millionen für Werbung ausgeben müssen. Also das gab es jetzt für umsonst. Aber wir sehen natürlich, dass die Politik auch wieder alte Fehler wiederholt. Also das heißt, die Leute wollen ja schnell billig Energie haben. Und jetzt sind ja alle in Panik, weil es ja irgendwie teuer ist. Und deswegen brauchen wir halt Gas von Katar. Wir gehen irgendwie sonst wohin. Wir bauen Terminals ohne Ende im Flüssiggasbereich. Denken erst nachher drüber nach, ob wir die alle brauchen. Und dann subventionieren wir jetzt noch den Gaspreis runter. Es gibt Leute, die haben ein Problem. Also wir wollen mal gar nicht wegdiskutieren. Aber jetzt irgendwie mit der Gießkanne. Die Leute, die eine Villa und einen Swimmingpool haben, die kriegen halt auch alle was ab. Und damit nehmen wir natürlich diesen ganzen Druck aus dem Kessel wieder raus. Und mal gucken, ob wir dann nachher wirklich besser aus der Krise rauskommen. Also wenn wir die Weichen alle richtig gestellt hätten, ja. Aber jetzt momentan geht viel auch wieder in die falsche Richtung. Okay, ist das jetzt wirklich, dass die Politik jetzt aktuell dann auch Dinge falsch macht? Oder ist sie ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und muss jetzt schnell, schnell irgendwelche Gießkannen, Notfallprogramme auferlegen? Weil wenn ich, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es ist natürlich von außen manchmal einfach gesagt zu sagen, okay, die Politik macht jetzt wieder Dinge falsch. Jetzt versuche ich mich in die Lage zu versetzen. Du hast da so viele Krisen, bist der Politiker oben und denkst so, oh klar, okay, hätten wir rechtzeitig angefangen. Hätte man alles schön ordnen können und sich schön überlegen können. Aber weil es jetzt alles so, auch jetzt diese Gaspreisbremse und so weiter, da haben ja alle drauf gewartet. Es war ja sogar eher das von außen. Jetzt kam ja, wann kommt denn jetzt endlich was? Das heißt, kommt denn jetzt was? Und so überlege ich mir, du musst dir da in ein paar Monaten oder ein paar Wochen, manchmal auch nur, da jetzt irgendwie eine komplette Gesetzessituation da irgendwie erschaffen. Also möchte ich jetzt auch nicht in der Haut stecken. Haben die da aus deiner Sicht da wirklich Chancen jetzt verpasst, die man hätte machen können? Also es ist gerade einfach ein bisschen... Ich sage mal, momentan ist er wirklich dann von der Hand in den Mund. Also das heißt, wir haben einfach die Krisen gehabt. Die Fehler sind vor zehn Jahren gemacht worden. Wir haben mit Herrn Altmaier noch über Nord Stream 2 diskutiert. Das wollte man unbedingt bauen, statt die Abhängigkeiten zu reduzieren. Das heißt also, die Fehler, die uns jetzt auf die Füße fallen, das sind die Fehler, die die letzten 15 Jahre in der Energiepolitik in Deutschland gemacht wurden. Deswegen kann man, glaube ich, der aktuellen... Also es ist nicht fair, der aktuellen Regierung da die Schuld zuzuschieben. Das machen gerade von der Opposition kommt da relativ viel. Also die eigentlich uns die Karre in den Dreck gefahren haben. Die sind jetzt die, als alles wieder besser wissen. Also das ist so ein bisschen, dass man so mal ein bisschen demütig sagt, ja, wir haben da wirklich was falsch gemacht und das klappt in der Politik nicht. Also irgendwie sind immer die anderen. Also das ärgert mich natürlich. Und klar, das Personal ist halt auch nur begrenzt im Wirtschaftsministerium. Das heißt, eigentlich wollte man jetzt irgendwie die Energiewende und sich da Gedanken machen. Und jetzt muss man natürlich parallel die Krise managen. Und da wird natürlich auch Personal abgezogen vom Energiewende dorthin. Und man versucht dann halt irgendwie das Problem zu flicken. Das ist vollkommen klar. Aber trotzdem, glaube ich, ist natürlich jetzt auch die Bereitschaft der Bevölkerung viel mehr da. Also jetzt, was ich, Windparks durchzusetzen. Vorher haben wir gesagt, nee, Windpark nicht bei mir im Garten, sieht blöd aus oder so. Jetzt haben sie festgestellt, naja, blöd aussehen ist halt nicht das einzige Argument bei der Energiewende. Also Preis- und Versorgungssicherheit, das sind nachher noch zwei andere. Und da hat die Windenergie halt Vorteile. Deswegen kriege ich die natürlich jetzt auch leichter durch. Aber da müsste man natürlich, da müsste man sehr schnell auch die Gesetze verändern. Müsste man natürlich jetzt einen Fight machen. Also wenn man sich die Länder anguckt, Herr Söder, Bayern, die wollen, hat nach wie vor keine Windenergie. Da müsste man jetzt irgendwie da versuchen, das auszudiskutieren oder auszufechten, würde man schon sagen. Und dafür hat natürlich, glaube ich, irgendwie keiner im Wirtschaftsministerium da momentan die Kapazitäten. Und deswegen läuft das natürlich im Bereich Windenergie zum Beispiel nach wie vor mit angezogener Handbremse. Stattdessen werden halt im Express-Tempo die LNG-Terminals gebaut. Wir schaffen es innerhalb von zehn Monaten oder so, aus einem LNG-Terminal zu bauen. Also Flüssiggas zum Anlanden. Und ein Windpark dauert immer noch sechs Jahre. Also da kann man in Deutschland leichter eine Munitionsfabrik bauen. Und da, glaube ich, ist dieses Momentum nicht so genutzt worden, zu sagen, also wir versuchen da jetzt auch einfach mal wirklich alles abzuräumen. Und dann auch, also ja, die Politik macht einiges in die Richtung. Sie versucht es zu verbessern, aber nicht in dem Tempo, was wir bräuchten. Und deswegen sage ich ja, also man könnte aus der Krise, wenn man die Chancen sieht, noch ein paar mehr rausholen. Ja, weil so wie ich das immer verstehe, ist nicht das Problem. Also es wollen, es gibt genug Menschen, die wollen erneuerbare Energien bauen. Also da ist Geld da, Investitionswille ist da. Es gibt auch, soweit ich weiß, klar, jetzt nicht in unendlichen Menge, aber es gibt schon genug Material, um Solarparks, Windkraftanlagen aufzubauen. Aber das größte Problem, das ich von überall höre, ist tatsächlich so diese ganze Bürokratie und die ganze Planung und das ganze, die ganzen Genehmigungsverfahren, die sind so Kräftezehren, die kosten so viel Zeit. Und das ist das größte Problem. Wenn das stimmt, dann müsste ja, sage ich mal, durch ein paar gute Hebel, da ein paar Bürokratiehürden mal kurz runtergesenkt werden. Da ist man dann mal großzügig und haut die Dinger auf die Spaß. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also im Solar- und Windbereich sind es unterschiedlich. Also im Solarbereich, da geht einiges, da wird langsam momentan wirklich das Material knapp. Also das heißt, da wird schon ganz gut gebaut. Also Solar, da läuft eigentlich ganz okay. Wind läuft nach wie vor schlecht. Und das liegt einfach daran, dass also im Genehmigungsbereich, ist ja so, in Deutschland muss erstmal eine Fläche ausgenutzen werden, einen Flächennutzungsplan, da muss die Gemeinde und der Landkreis und alle miteinander reden und diskutieren. Das sind ja auch dann zum Teil Gemeinderäte, ja auch Ehrenamtliche oder sonst irgendwie. Und bis die sich da irgendwie ausgemehrt haben und da irgendwas bei rauskommt, kann das mal zwei, drei Jahre dauern. Und dann, ich würde es einfach umdrehen und sagen, also okay, Windkraftanlagen sind immer per se erstmal genehmigt, das sei denn, die Gemeinde schafft es im halben Jahr da irgendwie einen Plan vorzulegen. Also dass man da einfach das Tempo halt irgendwie vorgibt. Aber hier ist Deutschland halt irgendwie Rechtsstaat und der hat alle Zeit der Welt. Ist ja auch okay, wenn wir alle Zeit der Welt hätten. Also das ist ja dann, wenn man jetzt irgendwie sagt, wollen wir jetzt ein Fußballstadion bauen oder nicht, dann würde ich sagen, okay, da kann man über zehn Jahre rumdiskutieren. Die einen haben den Lärm, die anderen irgendwie nicht. Also braucht man das oder braucht man nicht? Natürlich, einige finden das ganz wichtig, andere nicht. Aber das ist jetzt irgendwie jetzt für die Menschheit nicht so entscheidend, ob da jetzt ein neues Fußballstadion gebaut wird. Ob wir die Energiewende voranbringen oder nicht, ist natürlich für uns als Menschen irgendwann existenzentscheidend. Und deswegen müssen wir da natürlich irgendwie mal sagen, also wir können nicht die gleichen Regeln für alles Mögliche irgendwie ansetzen, sondern dass die, die halt für unsere Existenz wichtig sind, die müssen dann halt irgendwann bevorzugt werden. Also wurde ja eingeführt, es gibt jetzt irgendwie das überragende öffentliche Interesse auch für die Windenergie. Also das ist jetzt auch so ein gesetzlicher Begriff. Das macht es jetzt leichter, vor dem Gericht mit einer Klage recht zu bekommen. Vorher war alles so gegeneinander. Der Lärmschutz für die Bürgerinnen, der Sichtschutz, der Vogel und die Energiewende, das war alles irgendwie. Und das Gericht musste sich dann überlegen, naja, welches dieser 25 Argumente ist jetzt das Wichtigste. Ja, welches hat mehr Gewicht. Genau. Und da war halt Klimaschutz immer nur eins von 100 anderen. Und das hat man jetzt gesagt, okay, das wird jetzt höher gewichtet, macht es zukünftig wahrscheinlich einfacher. Aber naja, gut, wenn ich jetzt erst mal auf dem Klageweg bin oder so, das dauert natürlich auch immer sehr lange. Also der Gedanke ist zu sagen, lieber alle Vogelarten und alle Tiere und alle Menschen auf der Welt retten, statt ein paar zu schützen. So, jetzt mal ganz plump gesagt. Ja, das ist ein Argument, das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Also sie verhindern eine Windkraftanlage und sagen, oh, ich rette wieder mit Vögel. Also es gibt Studien, dass sie, dass, wenn wir hier den Strom, müssen wir woanders herbekommen. Wenn wir den also aus klassischen Kraftwerken, also aus Kohle, aus Gas oder so, wenn du den da herbekommst, dann hast du etwa zehnmal so viele tote Vögel. Weil so ein Braunkohleloch ist ja auch jetzt nicht irgendwie ein Vogelparadies, nicht? Also das müssen wir einfach mal anschauen. Und das heißt, da sterben natürlich auch Vögel, natürlich irgendwo anders. Aber bei der Windkraft ist es immer so plakativ. Da kann man mal einen auf den Boden legen oder vielleicht fällt auch mal einer. Kann man sich auch gut vorstellen. Ja, ja, genau. Und dann ist es sehr visuell. Dass jetzt irgendwie, wenn ich jetzt so einen Wald abräume, für einen Braunkohletage baue, dass dann natürlich auch die Vögel verschwinden. Das ist so ein bisschen, ein bisschen schon wieder schwieriger. Und das heißt also, mit jedem Vogel, den ich bei der Windkraftanlage rette, weil ich die Windkraftanlage nicht baue, sterben zehn Vögel woanders. Das muss man einfach dann irgendwie sagen. Und dann, und eine spannende Sache ist auch, ich hatte mal mit so einem Abteilungsleiter von einer Umweltagentur zu tun. Und die mussten dann auch immer Windparks prüfen. Ich habe viele Windparks abnehmen, ablehnen müssen nach der Gesetzeslage. Aber eigentlich ist das absurd. Weil also Grund war ja immer ein Vogelpaar, so ein Rotmilan oder irgendeine geschützte Art, die da halt brütet. Und diesen einzelnen Vogel, den wollen wir retten. Und wir wissen eigentlich, dass wenn wir die Windparks weiterhin in dem Tempo verhindern, dass diese Vogelarten in zehn, zwanzig Jahren, 30, 40 Jahren wahrscheinlich eh alle aussterben werden. Und dann irgendwie macht das dann Sinn. Also jetzt über zehn Jahre nochmal einen Vogel am Leben zu erhalten, wenn es die Art irgendwie irgendwann nicht mehr gibt. Und deswegen, glaube ich, muss man das wirklich anders gewichten und anders denken. Ja, das finde ich gut. Siehst du, also bist du da positiv, was das Thema angeht? Bist du so von der Einstellung, dass du sagst, ja, doch, wir können es schaffen, wir schaffen das auch. Also wir sind da auf einem guten Weg. Oder denkst du, da muss jetzt schon nochmal ein anderes Tempo, eine andere Wichtigkeit da trotzdem nochmal rein? Also das Problem ist halt, dass wir die Zeit immer mehr verdatteln. Also ich sage mal, werden wir jetzt im Jahr 1990, dann würde ich sagen, super. Also irgendwie, das kippt gerade alles, das läuft. Wir haben noch 30, 40 Jahre Zeit. Dann können wir das alles machen. Also da bin ich ganz guter Hoffnung. Jetzt haben wir aber seit 1990 30 Jahre verschenkt, sage ich mal. Wir haben ein bisschen was gemacht, aber nicht wesentlich. Und das heißt, weltweit sind die Emissionen, was Kohlendioxid angeht, derzeit immer noch weiter nach oben gegangen, statt zu stagnieren und runter zu gehen. Und deswegen müssen wir halt, also mit jedem Jahr, was wir länger brauchen, müssen wir halt doppelt so schnell werden ungefähr. Und das führt natürlich dazu, ja, dass wir jetzt, dass das, was jetzt vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch super wäre, halt heute nicht mehr ausreichend ist. Und das ist einfach das Problem. Also wir sehen schon, dass in der Gesellschaft sich wahnsinnig viel tut. Also wenn ich jetzt auch mit Windkraftbetreibern sage, im letzten halben Jahr hat sich wahnsinnig viel geändert. Also früher war es immer, ach, du machst diese Windräder, ach, diese Vogelschreller-Maschinen, die baust du auf, so ungefähr so immer. Und heute heißt der, oh ja, die Windräder, ja gut, das ist ja schon wichtig, weil wir müssen ja vom Gas unabhängig werden. Also das heißt, da hat sich jetzt irgendwas in den Köpfen gedreht. Das ist schon mal gut. Gut, insofern ändert sich auch die Stimmung ein bisschen im Land. Aber bis das sich dann auch wirklich in Zahlen bemerkbar macht, das Tempo wird schneller sein. Aber wir brauchen ja jetzt nicht mehr Faktor 2, was wir 1990 ausgereicht hätten. Wir brauchen jetzt Faktor 5, 6 oder sowas. Und da sind wir halt noch weit davon entfernt. Okay, das heißt, die Bundesregierung hat ja jetzt im Sommer, sage ich mal, ein großes Gesetzvorhaben verabschiedet, um genau das Thema Erneuerbare voranzubringen. Reicht es dann oder höre ich bei dir raus, das reicht eben nicht? Da muss noch was passieren. Es gibt ja ein Expertengremium, was immer die Klimaschutzmaßnahmen bewerten soll. Und das kam ja zu dem vernichteten Urteil, dass also im Jahr 2030 die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht einzuhalten sind mit dem, was vorgeschlagen ist. Hauptpunkt ist der Verkehr. Also das heißt, im Verkehrsbereich, die FDP weigert sich ja überhaupt, irgendwelche sinnvollen Klimaschutzmaßnahmen vorzuschlagen. Und wenn wir den Verkehr als großen Punkt da einfach rausnehmen, ja, wie soll das funktionieren? Also wir werden dann nicht klimaneutral werden können. Dann so die Idee, dann machen wir was anderes. Ja, wir können nicht immer die Lasten auf was anderes verschieben. Und wenn wir vor allen Dingen ja irgendwann klimaneutral werden wollen, dann hilft es ja auch nicht zu sagen, okay, die Verbrenner fahren weiter und irgendjemand kommt jetzt anders. Weil klimaneutral heißt, gar keiner macht mehr was. Und das muss man irgendwie in die Köpfe reinbekommen. Und das ist in den Köpfen nicht drin. Also momentan, ja, es gibt einige Sachen, die gehen in die richtige Richtung. Solarenergieausbau, würde ich sagen, da ist einiges richtig gemacht worden. Da läuft es. Und wenn wir Windenergie, da ist es nicht so gut. Und Verkehr ist eine Katastrophe. Und in der Summe ist man dann, wenn man dann eine Note geben will, halt auch irgendwo im unteren Bereich. Es gibt so ein Klimaschutz-Ranking, das kam jetzt gerade raus von German Watch. Und da liegt Deutschland auf Platz Nummer 16 der Länder. Es ist irgendwie als so gefühlter Klimaschutzvorreiter ja nicht so eine gute Platzierung. Und die ersten drei Plätze sind frei in diesem Ranking, weil kein Land der Welt momentan genug tut, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Oh, das ist aber auch krass symbolisch. Das finde ich eigentlich ein guter Punkt. Also das ist ja, das ist ja auch oft so ein Punkt von den Kritikern, dass sie sagen, ja, wenn wir als Einzelnen da wie den Leuchtturm vorausgehen, ja, aber dadurch ändert sich ja nicht das ganze Klima auf der ganzen Welt. Nur weil Deutschland das jetzt macht, aber davon sind wir ja dann weiter fern. Wir sind von dem Ranking noch hinter Indien. Also das ist ja so ein bisschen, wir sagen mal, ja, die vielen Menschen in Indien. Ja, aber die haben also da, wenn man jetzt wirklich den Pro-Kopf-Ausstoß und die Entwicklung oder sowas anbelangt, kriegen die bessere Noten als wir. Also das heißt, wir als reiches Land, wo wir es uns eigentlich leisten könnten. Wir haben ja die Kohle, die ist noch nicht gleichmäßig verteilt, aber das Problem kann man ja auch lösen. Aber das heißt, eigentlich haben wir genug Geld, auch da richtig Tempo zu machen. Aber wir haben einfach keinen Bock dazu. Aber wer hat keinen Bock, weil die Bevölkerung hat doch wirklich immer mehr Motivation, wie du sagst. Oder fehlt es da auch noch? Naja, also klar, mal eine Solaranlage zu bauen oder vielleicht ein Elektroauto zu kaufen, das wird jetzt mehrheitsfähig. Aber wir müssen ja eigentlich in 20 Jahren komplett klimaneutral werden. Das heißt also in 20 Jahren wirklich nichts mehr. Das heißt also keine Gasheizung, keine Ölheizung, kein Benzinauto, kein Dieselauto. Fleischkonsum auch mal mindestens halbieren, keine Flugreise mehr. Also das sind alles so Sachen, die wir uns da anschauen müssten. Und die Leute sind vielleicht bei zwei Punkten bereit, da Kompromisse zu machen. Aber das ganze Paket so zu nehmen und sagen, ja, also eigentlich müssen wir da komplett da sagen. Also viele, naja, dann lieber doch nicht. Das müssen wir einfach schauen. Oder vielleicht ist es auch so, dass die Politik eigentlich eher zu viel Angst hat und die Bevölkerung eigentlich weiter ist. Das wissen wir ja gar nicht. Das heißt also, die Politik macht ja diese Maßnahmen nicht, weil sie glaubt, sie würde nicht wiedergewählt werden. Aber ich glaube, wenn man das ganz gut kommuniziert und einfach erklärt, wir müssen das einfach machen, weil, und ja, und die Chinesen können das auch nicht ausbaden, sondern wir müssen auch unseren Teil leisten. Und wir stehen danach auch besser da. Das ist auch für Deutschland eine Chance, wenn man das, glaube ich, ganz gut kommuniziert, kann man vielleicht auch die Leute mitnehmen. Aber wir sehen halt jetzt gerade diese wahnsinnige öffentliche Diskussion auch irgendwie um die Klimaterroristen, die sich auf die Straße kleben. Ja, kann man dazu stehen, wie man will. Aber statt man sich dann sagt, okay, also ja, lehne ich vielleicht ab, aber ich habe dafür jetzt mal einen Vorschlag, wie wir gescheit Klimaschutz machen können. Aber stattdessen diskutieren wir, wie hoch die Gefängnisstrafe sein muss. Und da sieht man, dass also Teile der Bevölkerung immer noch nicht bereit sind, über Maßnahmen für den Klimaschutz zu diskutieren. Okay, also ihr seht das. Es ist zum einen, also es macht einfach keinen Sinn jetzt zu sagen, die Politik ist der Übeltäter. Die haben alles falsch gemacht von den Gesetzen her und wir sind ja, wir würden ja alle mitmachen. Ich glaube, da muss sich jeder an seine eigene Nase fassen nochmal. Und deswegen kann ich auch nochmal empfehlen, wenn ihr wirklich belastbare Informationen braucht, wenn ihr gute Argumente braucht, einfach mal wirklich Fakten. Schaut doch unbedingt bei Scientist for Future vorbei, kann ich unbedingt empfehlen. Auch auf Volker Quaschnings Kanal oder Kanälen, er ist online unterwegs, macht auch tolle Videos. Und da geht es wirklich darum, einfach mal wirklich Fakten sich anzuschauen, nicht nur Gefühle und Emotionen. Das ist manchmal bei so einem Thema schwierig. Und ich glaube, also so nehme ich für mich nochmal mit, so jeder kann einfach selber nochmal schauen, was er da wirklich ernsthaft tun kann. Und nicht nur irgendwie auf den anderen immer zeigen, das ist vielleicht mal ganz gut. Ich glaube, das ist immer wichtig, weil man immer sagt, naja, also man findet ja immer Ausreden, nicht? Also auch das Elektroauto, das ist irgendwie Mist, weil, keine Ahnung, dann kommt irgendwas Besseres. Also wir können nicht mehr auf das Perfekte warten. Und das Perfekte ist eigentlich auch irgendwo, wir verbrauchen gar keine Energie mehr, ja? Zurück in, also die beste CO2-Bilanz haben Obdachlose hier in Deutschland. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Lebensstil, der mehrheitsfähig ist. Deswegen müssen wir einfach sagen, also wir müssen jetzt einfach nicht auf irgendwie warten, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir alle Stellschrauben machen. Und wenn wir selber sagen, okay, das ist irgendwie schwierig, dann geht der Politik wenigstens einen Freibrief und zu sagen, okay, wir tragen das jetzt mit, dass wir also auch ein paar schärfere Maßnahmen haben. Und ja, das müssen wir einfach tun. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt das mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Bitte immer fair und freundlich bleiben. Ja, ich weiß, das machen eigentlich im Prinzip alle von euch, aber manchmal ist das Thema auch emotional. Und damit wir eine schöne, ordentliche Diskussion da starten können. Bin gespannt, was ihr da schreibt. Vielen Dank, lieber Volker. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und ihr abonniert unbedingt den Kanal, weil wir machen noch mehr Videos jetzt gleich. Und die dürft ihr natürlich nicht verpassen. Bis dann, tschüss. Ciao.